kauf dieses trinken die nächste empfiehlt es euch da ja ich trinke es immer also das ist jetzt sozusagen mein 100 abonnenten special special und ja mir ist nichts eingefallen was ich machen könnte also mache ich jetzt einfach so ein video wo ich mich bedanke und dankeschön für über 100 abonnenten meisten sind eh nicht echt bestimmt sind das irgendwelche die sagen es ist schlecht die musik abonnieren damit ich mir wieder auslachen kann nein doch keine ahnung und ich weiß ich bin voll nicht kreativ die meisten zeigen ihr zimmer ihr seht mein zimmer mit katzen und ein headset mikrofon mikrofon da sind die katze nicht süß ja schön ja ich würde mich nur bedanken für die ganzen abonnenten das sind für mich richtig viel ich hätte nie gedacht dass ich so viele bekomme naja okay das hat auch ein bisschen gedauert so neun monate aber es kommt bei mir nicht auf die abonnenten an sondern an den spaß und ich habe eine pflege in meinem zimmer macht nichts das ist ich bin so das wort fällt mir nicht ein verpeil dass mir irgendwie keine ahnung ich weiß nicht was ich sagen soll so ich auf jeden fall freue ich mich darüber und 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 ich kann euch ja ich kann ja ich kann ja ich sagen wer noch so gute das player sitz also auf jeden fall sind meine lieblings das player weiß das play das ist der chris der ich bestimmt sehr oft erwähne oder nicht mit dem habe ich auch ein skype im part zusammen gemacht der irgendwie total verbeilt war aber ich mag den part übelst weil keine ahnung es war so lustig mit chris und schaut auf seinen kanal er ist übelst geil seine videos sind lustig und ich mag seine stimme richtig guckt ihn euch an also die video oh gott da ist noch einer oh gott oh gott oh gott oh schnell raus hier oh da waren jetzt zwei hunde leute oh riesen lag haben wir es gleich na los mach schon was was denn na los kommt schon zeigt mir was ihr drauf habt na los macht nicht nur krachs und tut auch was wieso hast du das pferd nicht günther genannt ich kann es immer noch umnennen wenn du willst okay soll es günther heißen ja gerne okay du hast einen günther günther milchströlle geiler name günther milchströlle das ist cool ich bin doch kein stalker na nee gar nicht doch wenn du auch ich bist dann stalkst du mich die ganze zeit mein ganzes leben ja weißt wie schlimm das ist oh mein gott dann stalkst du mich doch auch ich glaub ich verklart mich selbst es geht zu weit oh nein wie sollen wir das denn abbezahlen ich habe hier ganz viele quellbrunz das wird schon irgendwie gehen und dann mein zweites lieblings das player ist weep akaro das habt ihr bestimmt schon gemerkt ich hab immer von denen irgendwie bei meinen ähm wo ich mal kommentiere zu über halt die ganzen videos von denen kommentare kommentare auf jeden fall er ist so geil er macht die geilsten amnesia custom stories und einfach horror let's plays ich freue mich immer wieder wenn ein neuer part da ist ich muss da immer so lachen tut mir leid aber es ist halt so es ist so geil wenn er angst hat es ist irgendwie total knuffig ich mag es ich empfehle ihn euch wirklich weil er ist nicht so einen einfach durchwasht der erschreckt sich auch und das ist das geilste und das ist übelst lustig guckt ihn euch an hey das ist eine tür wie komisch aussehende tür oh begramm von box töte ihn 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 oh nein 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 ok das hat nicht so viele scares bis jetzt Dieses mal eine schöne Abwechslung Meine Nase juckt unglaublich gar nicht Ich halte meine Fresse nächstes Mal Wtf war das, Alter? Alter! Ah, geshit dir recht. Bitch, okay wir gehen... Ähh, na 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 na! Suck mein Penis, nicht! Eigentlich hatt ich auch geplant, dass ich vielleicht so ähm... Ich wollte Findet Nemo-Let's Play für ein Abonnentens-Special, aber ich finde das Spiel nicht mehr. Ich finde Findet Nemo total geil. Ich habe schon alles tausendmal durchgeguckt. Ich habe jetzt zwei Geschwister, ne? Und am Weihnachten, das war schon ein bisschen länger her, ein bisschen, da haben wir alle drei von unserem Vater eine CD bekommen mit Findet Nemo drauf. Also das Spiel für ein PC. Und ich finde es nicht mehr, meine Schwestern finden es auch nicht. Ich habe das ganze Haus auseinandergenommen, um dieses scheiße Spiel zu ver- Tolles Spiel, Toilette. So Findet Nemo, ich finde es einfach nicht. Und was dabei für Scheiße, tut mir leid. Ihr müsst es euch nicht angucken, ihr könnt mich jetzt wegmachen. Daumen nach unten gehen. Und fertig ist. Nun ja, eigentlich mit einem Abonnentens-Special. Ich wollte es mit Lia machen, weil allein wollte ich es nicht machen. Ihr kennt ja alle Lia, oder? Kennt ihr Lia? Ihr müsst sie kennen, ich habe viel mit ihr gemacht. Jetzt muss ich hier draußen auch irgendwie komisch rumlaufen. Was ist das G eigentlich? Essen. Das ist doch, wo wir eben reingegangen sind. Echt? Ja. Ups, ups, ups. Raus, raus, raus. Das ist für mich wieder die Monster, glaube ich. Nie. Es gibt doch die Treppe, Schätzchen. Es gibt doch die Treppe. Ich glaube, die ist einfach mal. Ja, danke. Nee, das sind die Treppen. Da sind keine Treppen. Oh, das reicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja. Ja, Liebe. Mit einem Herzchen, das ich gerade nicht zeichnen können kann, mal zeigen. Weil ich ein Kotfolie in der Hand habe. Hier, Herzchen. Oh, sie schickt mir ein Herz-Ekontrolle an. Nichts, oder? Weiter geht's. Okay. Ich rück dich fast vom Bett runter. Warum wegen mir? Nein, weil ich eben so nah ran... Geh mal hier lang? Nee. Oh. Oh. Gott, ich dachte, da kommt was raus. Achso, ich... Ich, 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 die ganze Zeit... Oh. Ja, das war ich. Das war ich. Das war ich. Komm, der Blondie. Ja, hau ich mir auch noch im Kopf. Komm, hau auf, hau auf. Los. Daneben. Schade. Oh, get back, get back. Nein. Tollerwischt. Kämpfst du? Ich weiß nicht, ich sehe mich gerade nicht. Einfach irgendwie schlagen, dann geht's mir das schon. Oh, schlagst du nicht die ganze Zeit. Sorry. Puh. Machst du super, Lia. Ich dachte, du bist besser als ich. Das verarsch mich nicht weiter. Verarsch dich gar nicht. Lass mich nach oben, du Arsch. Toll, das hat sich wieder abruf. Pass auf! Scheiße. Herz geht an dich. Das war kein Herz, egal. Ich glaube, dich lieb. Und da hatte ich halt überlegt, was mit Izzelans zu machen. Und wir machen bei 150 Abonnenten-Specials oder 200, was weiß ich. Machen wir auf jeden Fall was zusammen. Wenn sie nichts will, ich werde sie zwingen. Ja, Lia, ich werde dich zwingen. Ein großer Lösch, ja. Und ich kann das Video auch gerade nur machen, weil meine ganze Familie unten sitzt mit dem Baby. Weil mein Cousin, Großcousin, Großcousin, Großcousin hat einen Sohn, der vier Monate alt ist. Und ich hab's ja nicht so mit Kindern. Jetzt sind wir ganz langsam. Aber es macht uns nichts, weil wir eine Schildkröte sind. Mit einem Schlüssel. Den wir wie unser Baby behandeln. Seht ihr? Stirb. Ja, ich mag keine kleinen Kinder. Und deswegen vielleicht, ne? Das würde ja einen Sinn angeben. Deswegen bin ich hier oben ganz allein. Die sitzen alle unten. Puh. Ich glaub, die kommen gleich. Und vielleicht wollt ihr auch mal ne Batagame sehen? Ich hab ihnen sie ja auch so oft. Okay, wartet. Batagame. Zwei Stück. Sie lieben die Kamera, wirklich. Seht ihr das? Kann man irgendwie ranzoomen oder so? Da oben sind Kätzchen. Da, 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 da. Kätzchen. Total süß, nicht wahr? Okay, nein. Vielleicht möchtet ihr keine Kätzchen oder keine Batagame. Ihr müsst sie aber mögen, weil das meine Babys sind. Also, ähm, ganz links ist Flo, mein Liebling. Da mit dem ein Auge, der gerade schläft. Und warum ist das Ding im Weg? Das soll nicht im Weg sein. Daneben ist Mao, die gerade so nach unten guckt. Wegen dem Batagame. Und meine Batagame heißen Jo und Wani. Wani ist das Weibchen. Jo ist der, der Männchen. Der King. Naja, eigentlich ist es Wani. Wani ist irgendwie voll dominant. Oh, jetzt schämt sich der Jo. Egal. Ihr interessiert euch doch gar nicht so viel. Aber ihr müsst es euch ja nicht angucken. Das ist jetzt ein Special gewesen. Und ihr habt mich gesehen. Schlimm. 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 Naja, da bedanke ich mich nochmal bei euch allen. Und. Wie seid toll. Wie seid mega Hammer. Jetzt dauert ihr noch ein bisschen bis zu den nächsten 500. 500? 500. Gehen mit euch sind 500. Nein, 150 brauchen wir nicht. Wir brauchen gleich 500. Ja, ey. Also. Das kann zwar ein bisschen dauern, bis ich 150 Abonnenten habe. Oder 200. Aber auf jeden Fall wird dann was kommen von mir und Lia. Jo. Kratzt wieder an der Scheibe. Egal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020